Wilke musste seinen Platz in der Innenverteidigung räumen, musste auf die Bank. Der neue heißt Christoph Buchner, hat 2009 hier mal für Burghausen gekickt. Sein erstes Flichtspiel für die Himmelblauen. Schädlich hatte erst Silvio Bankert vorgesehen, doch der hat sich beim Abschlusstraining verletzt. Es ist nicht die einzige Veränderung. Schauen wir auf die Besetzung des CFC. In der Abwehr also für Marcel Wilke, der den Trainer in den ersten beiden Spielen nicht überzeugt hat. Christoph Buchner, das Mittelfeld mit Landdeka, mit Stressakhegel, mit Sascha Pfeffer. Sein Einsatz war nach einer Fersenprellung fraglich. Er hat erst nach dem Aufwandtränen grünes Licht gegeben und von Führförster David Jansen. Semmer und Makarenko haben die Reise erst gar nicht mit angetreten. Der CFC von rechts nach links ging ja im Vorjahr am letzten Spieltag hier mit 0 zu 3 unter. Heute soll das also besser werden. Das ist Stenzel, Fabian Stenzel mit diesem Schlenzer. Gerd Schädlich. Wir müssen zwingender nach vorn spielen. Unsere Chancenverwertung muss ganz einfach besser werden. Burghausen überlässt dem CFC das Mittelfeld und die kombinieren da recht gut und geschickt. Schnelle, direkte Ballpassagen der CFC mit Oberwasser und mit Anton Fink. Anton Fink! Da zwitschert er hier in Burghausen. Neunte Spielminute. Starke Szene von Anton Fink. Aber glänzender Spielzug. Stenzel mit diesem Lupfer. Fink nimmt den Ball direkt runter und sieht, dass Vollrad da nicht richtig steht. Schlenzt ihn in die lange Ecke. Im Vorjahr ja zehnmal getroffen. Der Fink jetzt sein erstes Saisontor und die frühe Führung, die soll natürlich für Rückendeckung sorgen. Die Chemnitzer weiterhin die dominierende Mannschaft. Wieder Anton Fink. Macht der Klasse, nimmt den Ball an, dreht sich und zieht gleich ab. Der CFC stellt klug die Räume zu, gewinnt die Zweikämpfe. Und Vollrad muss da klären. Er ja mit einer Gesichtsmaske mehrfacher Nasenbeinbruch. Fehler Buchner des Neuen genau in die Füße von Marco Holz. Torschütze in Aachen bei der 2 zu 3 Niederlage. Philipp Bett geschimpft da mit seinen Vorderleuten. Hier der Fehler vom jungen Christoph Buchner. Gestern Abend war Philipp Henke noch Zuschauer, hat seinen Kumpel David Stoll die Daumen gedrückt. Der hat ja Kugelstossilber bei Olympia geholt. Heute muss er selber die Fäuste auspacken. Eberlein, der Kapitän. Was ist denn jetzt mit den Chemnitzer los? Die haben so gut begonnen. Und jetzt müssen sie hier hinten aufpassen. Alexander Eberlein, aber klasse Reflex von Philipp Henke, der den Arm da praktisch aus dem Nichts herausfährt. Wie ein Altballtorhüter. Klasse gemacht. Er hat schädlich reagiert. Höchststrafe für David Jansen. Der muss nach 35 Minuten gehen. Für ihn kommt Florian Hörnig. Der wird am Montag 26 Jahre alt. Also schädlich mit der Art und Weise. Das Spiel von Jansen nicht zufrieden. Chance für Eberlein. Birk kann da noch klären. Die Chemnitzer kommen jetzt kaum noch aus der eigenen Hälfte heraus. Vor allem der Kapitän sorgt für viel Druck. Bei den Burghausnern, die ja die ersten beiden Spiele verloren haben. Die mit dem Rücken zur Wand stehen. Die jetzt hier unbedingt gewinnen müssen. Aber Chemnitz führt mit 1 zu 0. Wieder Eberlein verfolgt von Birk. Das ist Mokdari in der letzten Saison zum besten offensiven Mittelfeldspieler gewählt. Der Deutsch-Barokaner. 20 Bundesligaspieler, 150 Spiele in der 2. Liga. Ein Mann mit viel Erfahrung. Der Denker und Denker im Mittelfeld. Aber Philipp Henkel, unschädlich. Der sieht ja, was auf seiner Mannschaft zukommt. Der rennt da an der Außenlinie hin und her. Immer noch keine Entlastung. Heiko Schwarz kann hier den Ausgleich erzielen. Acht Meter Torentfernung und trifft die Kugel nicht. Riesenchance. 40. Minute. Der Ausgleich liegt in der Luft. Da stimmt die Zuordnung hinten nicht. Sie sprechen einfach zu wenig. Aber vielleicht jetzt ein bisschen Entlastung. Stänze. Nochmal Stänze. Pfeffer. Gut gesehen. Stänze. Fabian Stänze trifft den Ball nicht richtig. Knapp eine halbe Stunde. Die nächste Offensivaktion für den CFC. 2.600 Zuschauer. Darunter etwa 200 mitgereiste Chemnitzer Fans. Die sind ja guter Dinge. Ihre Mannschaft führt mit 1 zu 9. Aber Burghausen kommt schon wieder. Die bringen einfach keine Ordnung in die Reihen. Das ist Alexander Aschauer und Pitke. Genau in die Füße von Holz. Aber der kann den Abpraller nicht richtig aufnehmen. Aschauer kam von RB Salzburg. 1,90 groß. 20 Jahre alt. Soll die Mannschaft verstärken. Der CFC braucht eine Erfrischung. Trotz der Führung war das zu wenig. Sicher gibt es da eine Kopfläche zur Pause. Vom Chef, der mit vielen Dingen überhaupt nicht einverstanden ist. Und er hat recht. Also dann in eineinhalb Zeit 2. Stenzel. Magdari ist das. Auf der linken Seite mit viel Gefühl. Und Holz und Aschauer verpassen Glück für den CFC. Sie sind noch nicht da. Aber vielleicht ist diese Szene ja ein Weckruf. Vielleicht befreien sie sich ja mal. Hier sehen Sie die Maske von René Vollrath. Fehler von Auperle. Und Riesenchance für Anton Fink. Kommt da nicht richtig an den Ball. Und Sina klärt da. Knapp eine Stunde vorbei. Landeka. Das ist Sascha Pfeffer. Spitzer Winkel. Schwer zu machen. Aber gute Aktion. Endlich mal wieder das CFC. Das 1 zu 0 hat er so glänzend eingehauen. Aber hier trifft er ganz einfach nicht. Da war viel mehr drin. Ein 2 zu 0 und es ist ruhig hier im Wacker Stadion. Ehe noch mal die Chance. Alle Zeit der Welt. Aber zu wenig Druck in der Ball. Und vor allem zu unplatziert. Immer wieder ruft Gerd Schädig in das Spiel hinein. Fordert seine Leute auf. Energisch zum Gegner zu gehen. Das war Heiko Schwarz. Und Pentke muss da wieder Kopf und Kragen riskieren. Starke Leistung bislang von Philipp Pentke. Auch hier riecht er, dass sein Mitspieler nicht mehr an den Ball kommt. Verkürzt den Winkel und rettet mit dem Kopf. Er kann nicht zufrieden sein. Georgi Donkow, der Trainer von Burghausen, war ja jahrelang hier der Co. Hinter Basler, hinter Bommer, hinter Stumpf. Jetzt ist er selbst der Chef. Senesie im Spiel. Die mit der Rücke Nummer 7. Auf Moritz Moser. Immer noch Moser. Birgit hin, Birgit hin. Aber wie geht der denn hin? Völlig ungeschickt. Strafstoß. Martin Thomsen bleibt gar nichts anderes übrig, als auf den Punkt zu zeigen. Wie kann man denn in dieser Situation so in den Gegner hineingehen? Hätte er ihn einfach laufen lassen. 11,70 Meter. Spielminute. Nach dieser Dummheit von Thomas Birg. Mokhtari gegen Pentke. Das lässt er sich nicht entgehen. Der Mittelfeldspieler. Erstes Heimtor für Burghausen. Der Ausgleich zum 1 zu 1. Gespielt 70 Minuten. Mit Marokko, ja, Afrika Cup-Sieger spielt ja all seine Erfahrung vom Punkt aus. Die Chemnitzer noch mal bemüht. Ein Punkt wäre ja nicht schlecht, aber hier ist einfach mehr drin. Anton Fink noch mal. Fink hat er nicht ganz voll getroffen, aber vor Ort wäre der Ball fast durchgerutscht. Hat das 1 zu 0 gemacht und hatte das 2 zu 0 auf dem Fuß. Anton Fink kämpft, rackert, ackert, bringt sich in Positionen, aber oft auch noch ein bisschen glücklos. Eberlein, der Kapitän, geht mit gutem Beispiel voran. Das ist Thiel einfach aus der Drehung vorgeschlagen auf Mokhtari. Mokhtari und Senesi. Und dann ist das die 2 zu 1 Führung für Wacker Burghausen. 83 Minuten gespielt. Sie drehen das Spiel nach dem 0 zu 1 Rückstand. Ausgleich durch den Elfmeter von Mokhtari. Und jetzt diese Szene hier. Die CFC-Abwehr aufgerückt. Konter im eigenen Haus. Zum 2 zu 1 für Wacker Burghausen. Gerd Schädlich versteht die Fußballwelt nicht mehr. Hier war viel mehr drin. Aber was geht in dieser Schlussphase noch? Der CFC wirft jetzt alles nach vorn, aber viele Aktionen sind ungeordnet. Planloser Ball nach vorn mit ein bisschen Glück. Kevin Freiberger ist das. Kevin Freiberger und Pentke. Das war die Szene in der Nachspielzeit. Denn jetzt ist Schluss. So wird es nicht, CFC. Hier war mehr drin. Nach dem Führungstor haben die Himmelblauen die Arbeit eingestellt. Das ist wie immer vor allem Kopfsache. Guido Solus auf Erklärungssuche. Philipp Pentke, ich weiß nicht, wie man es beschreiben soll. Man geht hier 1 zu 0 in Führung, spielt 20 Minuten eigentlich wacker an die Wand. Jeder wartet darauf, dass das zweite fällt und dann passiert was. Was ich nicht erklären kann, erklären Sie es. Ja, dafür habe ich leider auch noch keine Erklärung. Bei uns hat es in der Halbzeit ein bisschen geknallt. Weil wir einfach auch nicht zufrieden waren, wenn wir halt 1 zu 0 hier in Führung gehen. Bei einer Mannschaft, die eigentlich relativ vorsichert ist. Und uns dann einfach so ein bisschen das Spiel aus den Händen kleiden lassen. Das war nicht unser Plan. Und deswegen müssen wir uns alle heute ein bisschen hinterfragen, was wir hier auf dem grünen Rasen gebracht haben. Ich denke auch, dass der Kopf ein bisschen mitspielt. Weil, wie gesagt, ich habe 200-prozentige Chancen. Davon muss ich einen machen. Und ich kann es mir auch nicht erklären, warum ich nicht das zweite mache. Normal mache ich das zweite. Und so tut es mir leid für die Mannschaft, dass wir das Spiel dann noch verlieren. Ich denke, dass sich einige überschätzen. Und das sieht man in vielen Situationen, dass man nicht mit der Konsequenz Fußball spielt. Egal, ob das eine defensive oder offensive Aktion ist. Und wir müssen schnellstens die Kurve bekommen. So wie wir uns jetzt aktuell präsentieren, auch heute, so geht das nicht. So hat man keine Chance, in der dritten Liga zu bestehen. So. Okay. So. Untertitelung des ZDF, 2020